Bitte, bitte. Oh mein Gott! Ich hab den härtesten, heftigsten Schlag meines Lebens gemacht. Wirklich. Zum Glück bin ich YouTuber und ich hab sowas aufgenommen. Das wär History of Life. Freunde, was geht ab? Es ist endlich wieder soweit. Wir spielen Golfit, aber wir spielen Trollmaps. MBK hat schon V gedrückt und spielt schon. Und kriegt dafür Karma? Nee, bin drin. Das ist so ehrenlos. Was daran ein Troll, dieser Ehrenlose? Was soll ich hier Troll sein? Ja, da stand irgendwie Trolls and Holes and Royals and Rolls. Deswegen, abonniert mich bitte. Nein. Odoman, man denkt, bin drin, ihr Lutschen. Er hat uns verarscht. Er hat uns alle verarscht, Digger. Das ist Troll. Guck mal, Rex denkt immer... Oh mein Gott, ich hab's. Ja, ganz, ganz hinten rechts ist ein Portal. Ganz, ganz hinten rechts ist ein Portal. Milka, labern Sie ein, ey, ist der Troll, Digger. Ich hab euch getroffen. Ey, wohin geht's, Bro? Ich hab gewonnen. Hä? Wohin geht's? Ich weiß es nicht. Soll ich sagen oder was ich selber? Die Blume, auf die Blume. Oh mein Gott, ich weiß es, Digger. Die Blume, Rexis. Die Blume. Links. Drück mal R, drück mal R. Drück R und dann rechts sagt die Blume. Dann die rechts die Blume. Er war gefangen für immer in der Matrix. Deswegen muss ich helfen, Digger. Ey, mein Kopfer durcheinander. Guck mal, Jungs, warum ist hinter uns eine Tür? Warum ist hinter uns eine Tür? Sag mal bitte. Ey, Jungs, ich hab's gesehen. Ja, macht mir einfach nach, Ehrenlosen, Digger. Hey, Digger Breaks, Junge, du bist so ein Ehrenloser. Schieß sie weg, schieß sie weg. Ich hab dir geholfen. Ich bin drin, du Esel. Du hast mir gar nicht geholfen, ich bin da reingerutscht. Alles gut. Okay. Digger Breaks, du bist so ein Ehrenloser. Ich rolle, was soll ich geholfen? Ich hab dir geholfen, alles gut. Ich hab dir geholfen. Geholfen. Aber wohin jetzt? Das geht, Jungs. Da oben ist ein Tor. Ja, aber das ist falsch, 100%. 100% richtig. Wer gerade labert. Ah, ich hab getruffed. Man muss ehrlich da reinhauen. Das ist gar nicht so einfach. Two, two, two. Ey, Jungs, ich bin gerade der Erster, was ist da los? Am Anfang immer auch, dann irgendwann Letzter. Heute gönne ich André den Förster. Hä, ich bin dreimal drin in diesem Drogen? Was ist da los? Salazos, sieben Schläge. Du bist ein Kloß. Oh mein Gott, Breaks, oh mein Gott. In Albanien gab's keine Golfbahn, ne? Ich schwöre. Oh, er hat euch das Gegenteil gezeigt. Wer denkt ihr, wer ihr seid? 100% das Rohr ist falsch. Jungs, wenn ihr foult, seid ihr faul. Das Rohr ist safe, richtig. Ey, Bro. Nein, das Rohr ist nicht richtig. Ja, ich hab's nicht. Das ist falsch? Nee, es ist richtig. Sieben Schläge, Bro, es ist todesschwer. Das ist ehrlich schwer. Und zum Glück hab ich jetzt schon getroffen, weil ihr trollt euch doch. Oh mein Gott, Odemann wurde so hops genommen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh ja, richtig gut. Oh, jetzt will ich ein Like von euch sehen, bitte. Macht mal ehrlich. Zehn Schläge? Okay. Oh mein Gott, das ist zu doll. Ja, Gigi ist wieder schauen und reingehauen, Bro. Das ist zu doll, Ding. Wie geht, keine Schläge mehr. Digga, ich bin Out of Stroke. Okay, das ist Geschenk, Jungs. Geschenk, Geschenk. Bad, gut. Bad, gut. Bad, gut. Das ist fake, Bro. Rote Schlaufe, bad. Hä? Das ist beides gut und bad. Äh. Gelbe Schlaufe, good. Ey, bitte nicht. Andere, bad. Sitze mal im Bad. Oh, was hast du da für eine Kacke ausgesucht, Martin? Allein und dafür macht es Spaß, weil jeder Agro will. Okay. Ey, ich habe Karma kassiert. Gönne ich dir, ey, Digga, André, Digga. Warum nervst du so, Odemann? Bitte lasst mich doch einmal schlagen, Bro. Warum nervst du so, sei mir ehrlich. Starker Schlag? Was war das denn, Micke? Das ist falsch, das ist falsch. Bro, ich bin, hier ist los. Nein, 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 das ist jut und bad. Hä? Okay. Ich glaube, ich habe es. Ja, ich habe, ich habe, ich habe. Man muss diese Banden-Modus aktivieren. Ja, alles gut. Hey, André, warum ist hier ein Stück Holz? Odemann hat bei mir einen Schlag gemacht bis jetzt. Ist das verbuggt? Ah, mein Name. Ja, nee, jetzt hat er zwei. Wieso komme ich da? Ich komme doch rüber. Der Odemann war V-Main gerade. Er hat nur V gemacht. Ja, ich, ich, ne, er war V-Main. Wir hatten so neun C in zehn Schläge und so, er hatte null einfach. Ja, ist gut, der Brea hat keine Zeit mehr. Ja, ist gut, ist gut. 40 Sekunden. Ja, geht nicht, ne? Nice try, aber. Nice try, Bro. Nice try. Oh mein Gott, ich bin wieder zurück. Nice try. Nice. Wow, der war krass, der war krass. Muss gegen das Geschenk kommen. Geschenk, 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 Vertrau. Ihr werdet so schwer. Das tut mir ein bisschen leid gerade sogar. Ihr werdet so schwer. Das war so hart, dass du sogar ein bisschen leid tut, Digga. Oh, man nix jetzt zu verlieren, Digga, das war's. Ich werde euch so nicht mehr glücklich machen in eurem Leben. Where to go, wow, wow, wow. Jetzt guck. Where to go. Doc likes the pin. Try not moving. Doc likes the pin. Okay, Digga. Oh, ich bin drin. Ich bin, wow, hole in one. Okay, einfach nix bewegt. Okay, Ambik, das ist ein bisschen sad. Sag ich ehrlich. Reiß die Hütte ab. Reiß die Hütte ab. Okay, ich weiß gar nicht, ob das von hier möglich ist. Und ich mach's möglich. Oh, yeah, boy. Ich hab direkt alles perfekt gemacht. Das kann gar nicht sein. Oh, wild. Digga, Braxis holt auf, Jungs. Sieht nicht gut für euch aus. Er lernt dazu. Nein, Salat. Oh, schade. Bin fast drin gewesen. Ey, Bro. Oh mein Gott. Also, wie viel Pech muss man haben? Ja. Ja, das ist gut. Das freut sich, Digga. Braxis, was labos? Ich bin doch jetzt hinter dir schon. Ja, ist gut so. Oh mein Gott. Wo ist Odemann? Wo ist Odemann? Wo ist er, Digga? Hau mal gegen Geschenk. Ja, Digga. Ich hau gegen dich. Jungs, rote Schleife. Bad. By the way. Hä? Ich schwöre, das kommt gerade so rüber, als hätte ich die Map schon mal gespielt. Oh mein Gott. Hä? Ich bin durch. Hole in one. Ich weiß nicht, wie ich das geschafft habe. Jungs. Ey, das ist falsch, André. Das ist falsch. Linke Wand. Linke Wand. Ich bin schon durch. Ich habe one in a hit gemacht. Ich auch. Ich auch. Links die Wand. Ich habe einfach random irgendwo hingehauen. Aber du hast zwei. Warum lügst du? Da durch, Brax. Ja, ich habe einen aus Versehen gehauen. Durch die Wand da. Er kommt nicht mehr zurück. Drück R. Drück R. Drück R. Drück R. Und dann jetzt links in die Wand. reinballern. Oh mein Gott. Das war richtig. Hast du bei mir abgeguckt, Mirkan, oder warum hast du nur einen Schlag gebraucht? Ich habe random einfach hingehauen. Yeet. Du musst yeeten. Er sagt, ja, yeet. Oder yeet. Du musst wegballern. Yeet. Oh, da hinten. Warte mal. Hey, ich habe hole in one. Hey, hole in one. Das geht nicht. Vorne im Wasser einfach. Hä? Du musst gar nicht so doll hauen. Ja, genau. Hier ist überall Dings. Yeet ist ein yeet, nigga. Wie yeetet, Mann. Hey, die Web ist irgendwie so logisch, Digga. Das nimmt mich auseinander. Aber wie yeetet, Mann. Ganz toll. Einfach hauen, Bro. Ganz toll. Oh, ins Wasser, ins Wasser. Er kommt zurück. Ja, er schafft es. Ne. Doch, doch. Doch. Ey, aber Odomann, wie hast du hier? Viel geschafft. Bro, das ist verbuggt. Keine Ahnung. Hä? Brexit wieder hier? Wie hat er das geschafft? Du musst nochmal yeeten. Aber nicht so doll yeeten. Jetzt, 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 jetzt. Und rein da. Let's go. Yes. 32 Schläge hier. Ich meine natürlich. Ja, Brexit letzter. Ja. Dr. Doc. Wie soll man da hinhauen? Okay, ich mach Sensi hoch. Okay, noch ein bisschen mehr. Ey. Er sagt, if you are recording, also Andre, don't get the present. Okay. Nein, nein, nein. Das ist bestimmt irgendein Troll oder so. Oh mein Gott. Was passiert jetzt? Yo, auf einmal andere Map. Blinko. Hä? Er ist so ehrenlos, Digga. Junge. Keine Ahnung. Ich check's nicht. Ich bin so verwirrt, dass ich nicht kommentieren kann. Komm jetzt. Ey, ich will das Present haben. Ich muss es tun. Wo muss ich denn hin? Bitte, bitte, bitte. Oh mein Gott. Ich hab den härtesten, heftigsten Schlag meines Lebens gemacht. Wirklich. Zum Glück bin ich YouTuber und ich hab sowas aufgenommen. Das wäre History of Life. Nein. Ich hab den heftigsten Schlag gemacht, den ich je gemacht hab. Das war unmöglich. Warte, ich guck bei dir. Nein. Oh shit. Das war knapp aber. Okay, der ist gut. Der ist gut. Der ist gut. Ich mach seine Haare seitlich glänzend. Das ist wild, Digga. Mach Seiten auf Null. Hallo, hörst du mich? Oh, schade. Jo, wo willst du denn hin, Digga? Okay, nee, nee, nee. Oh ja. Nee. Wo kann man denn noch hier lang? Tu es. Ja, ich weiß das selber nicht. Gar keinen Sinn, Digga. Hä? Jungs, wie habt ihr so viele Schläge, Digga? Ehrlich jetzt. Okay, so. Starker Schlag. Ehrenlos, dass da nichts drin ist. Dann hier. Oh, ich bin durch. Ja. Oh mein Gott. Ich will nicht mehr jetzt. Oh mein Gott. War das schlecht, Bro. Du kannst einfach mit dir durchschlagen. Geradeaus. Einfach geradeaus. Du kannst mit dir durchschlagen einfach. Warum lügt ihr? Ehrlich jetzt. Geht ehrlich. Geht. Bro, was ist das denn? Das ist ehrenlos. Okay. Aber noch läuft bei mir. 100% hier hinter. Prozent. Ich habe es schon vorher gesagt, damit ihr mich nicht träumen könnt. Prozent, Prozent. Prozent. Easy, easy, easy money, Junge. Ich glaube, ich bin echt gerade Weltrekord am machen. Sage ich ehrlich. 49 Schläge. Bei mir ist sogar noch grün. Was macht ihr da, Digga? Kuscheln oder was? Ja, du? Ja, auch. Ja. Und man hat es. Ja. Und man hat es nicht. Aber wo ist Braxis? Braxis? Braxis, bist du noch da? Ja, aber ich weiß nicht, wo lang. Diese lang. Ja, 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 ja. Tschüss, Junge. Behalten mal deine Kraft für dich ein bisschen. Das ist so schön, diese Map. Ich könnte gleich kotzen. So schön ist die. Hä, die ist doch voll cool eigentlich. Also, ich finde sie cool. Normal ist die Bahn normal? Mal ist die Bahn nicht normal. Bist du normal? Äh. Nein, aber Gänsehaut breaks. Hey, guck mal. Ich sage, behalte deine Kraft für dich. Er haut ganz wenig nur noch. Du kannst auch F drücken, ne? Dann bist du immer wieder da, wo du bist. Jetzt, jetzt. Das ist gut. Das reicht, das ist gut. Ja, Mann. Drück bitte F, drück bitte F, drück bitte F. Warum? Dann bist du schneller wieder da. Kannst du noch mal schneller hauen. Check, check, check. Bei R machst du komplett Reset. Nein, drück R. Drück nicht. Okay, ich dachte, er hat trotzdem nicht geschafft. Hä, oh, du meinst, dritter? Wie? Hole in the Minecraft. Hole in the Craft, ich war fast drin. Ich bin drin. Zwei Schläge. Ich bin einfach der beste Spieler der Welt, Junge. Ich habe gerade Cheat runtergeladen. Ich sage euch ehrlich. Und kommt das Ding wieder? Niemals. Der Zug? Jungs, das ist richtig. Warte, ich mache V. Er steht einfach jetzt für immer da. Ihr müsst jetzt hier oben reinhauen. Warte mal, geht das überhaupt noch? Ja, ihr müsst jetzt oben reinhauen. Der kommt nicht mehr wieder. Jetzt, wie dumm. Okay, Merkern hat es gleich. Yeah. Okay. Tag. Schade. Das ist gar nicht so einfach. Ey. So doll hauen, dass man daneben fliegt. Oh mein Gott, Merkern, das ist Pech ein bisschen. Ey, Bro. Du schaffst das. Yeah. Oh, der war clean. Okay, Braxis auch jetzt. Mach mit Gefühl, Braxis. Einmal. Jetzt raum man nicht so doll. Trust nicht so doll. Das war mit Gefühl. Nein. Aber war gut, der war gut. Bisschen mehr Gefühl. Bisschen mehr. Ja, der ist stark. Der ist sehr stark. Der war clean sogar. Oh, du, man wird hier das mal hängenbleiben. Zehner. Guck mal, geht Out of Strokes, Digga. Ja, guck und raus. Oh, guck mal, er hat das Gegenteil bewiesen. Out of Strokes trotzdem. Out of Strokes. Oh. Er ist wirklich Out of Strokes gegangen, Digga. Guck mal, ich liebe es, wie Olo, wenn er irgendwann so mad wird bei Golfen, dass er nicht mehr reintetiert wird. Wie rum, Jungs, wie rum, wie rum, wie rum, wie rum, wie rum, wie rum in dein Gesicht, wie rum. Er hat 40 Schlinke mehr als ich, Digga. Mehr kann der Hund, der hinten mit Filz tut der Gurt rein. Ah, Digga, ich feiere die Web. Fortnite-Bab, Digga. Was ist Fortnite, Junge? Äh? Muss man da rein, in die Ecke? Ich weiß nicht. Ich bin so gut, Digga. Das ist unmöglich. Ich glaube, man muss hier links an die Seite. Hey, Lutscher, ich bin drin. Nein. Doch. Wie hast du das gemacht? Sag ich nicht. Der, warum bist du so ehrenlos? Ich sag's nicht. Egal. Ich geh zurück. Oder man war hier irgendwo. War ich nicht. Okay, und jetzt? Nein, ich check's nicht. Ich hab keine Ahnung. Ich auch nicht. Wir müssen nachdenken, Jungs. Wir müssen zusammenarbeiten. Oder man ist ehrenlos. Mal da hinten. Oh, da hinten. Ich bin oben durch die Lücke durch, aber passt nichts. Geht nicht. Papi, Papi. Ja, durch die Lücke durch ist noch mehr Troll. Ich seh gerade. Das ist unmöglich zu schaffen. Also man muss irgendwie zurück. Ich geh zurück. Ich auch. Der Pilz hat mich auseinandergenommen. Ja, mich auch. Wohin? Wohin? Ich sag nichts, Digga. Ich sag nichts. Ah, ich seh's. Wo, wo, wo? Wo? Hier bei mir ist so ein Loch. Ich hab keine Schläge mehr. Nee, Ambika hat keine Schläge mehr. Okay, André. Ich bin durch. Wo war das bei dir? Wo? Ja, danke. Du hast mich einfach in eine andere Welt geschickt einmal kurz. Ja, kein Problem. Jetzt sieht André das Loch auch. Acht, sieben, sechs, fünf, vier. Ja, ich sag gar nichts, Rudder. Wo war das? Los, Ehre los, Junge. Los, Spokes mit euch. Du hast 100 Schläge, der. Aber du bist so sauer. Egal, Digga. Sag gar nichts mehr in die Kamera. Guck mal, da ist falsch. Der Baum ist es, Jungs. Es war nicht der Baum. Alles gut. Alter, unten ist ein Loch. Aber wie kommt man da hin? Boah, ich glaube, man muss jetzt hier so balancieren-mäßig. Balan- Balan- Balancieren. Ja, muss man. Okay, let's go. Oh, nein. Das war easy. Ja. Ich feiere diesen Mix, dass er manchmal normale Löcher macht und manchmal toll, weil man weiß ja nicht. Man ist mies verwirrt. Oh, du hast wahrscheinlich so viel Zeit, Bro. Gönn ich dir, Olo, Mann. Wie viel Zeit. Sechs Schläge, du Noob, du. Gönn ich euch. Dass ich drin bin, gönn ich euch. Ja, wir sind auch drin. Gönn euch. Oh, balancieren. Okay, muss balancieren. 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 Oh, strong, Digga. Okay, strong. Okay. Okay. Komm direkt ohne nachdenken. Direkt hier rein und dann rollst du runter. Ciao. Ja. Weißt du nicht, ob das so klug war? Aber anscheinend geht das ein bisschen länger so. Kann das sein? Äh, ja. Ja, er will uns trollen einfach. Hätte das gedacht. Das dauert jetzt lange. Okay. Brex, erzähl jetzt eine Geschichte. Okay, guck mal. Ich war eines Tages im Rewe. Mhm. Da habe ich Pfannflaschen abgegeben. Ja. Und dann habe ich vergessen, dass anstatt diese Spenden, da waren zwei Knöpfe Spenden und Nichtspenden. Ja. Und ich habe Spenden gedrückt und ich gehe zur Kasse und ich habe vergessen dann. Ich war richtig sauer. Hä? Hä, aber wenn du Spenden drückst, kannst du es doch gar nicht vergessen. Doch, ich habe, ich habe Falschknopf gedrückt und dann habe ich sogar vergessen, diese Zettel rauszunehmen. Aber wenn du Spenden drückst, dann kriegst du doch gar keinen Zettel. Und ich dachte, ich habe den Zettel bekommen. Hä, Digga, wie verwirrt kann man sein? Anders verwirrt. Nein, ich bin rückwärts reingelaufen in Rewe. Ja, glaube ich dir, Digga. Okay, Jungs, das dauert noch so 30 Minuten oder so, bis wir unten sind, ne? Jetzt mal ehrlich. Oh, er macht Playtime, Digga. Junge, es ist so ein... Oh mein Gott. Freunde, in der Zeit, wo wir jetzt hier runterrollen, könnt ihr gerne mal ein Like da lassen. Schreibt in die Kommentare. Kommentar. Das Ding ist, ich frage immer das Gleiche. Wir müssen irgendwas Cooles uns ausdenken. Die sollen den lustigsten Witz in die Kommentare schreiben. Wie viel war das höchste, wo ihr Pfand abgegeben habt? Boah, bei mir waren es 70 oder 80 Euro. Geistkranken... Wenn mehr als 50 Euro ist, meldet euch bei Instagram. Bei mir waren fünf Mülltüten voll oder so. Ich habe ewig nicht abgegeben. Aber ihr könnt gerne mal reinschreiben, wie viel ihr an Pfand das Maximale, was ihr bekommen habt. Das war eine geile Frage. Oh, Mann, ey, cooler Typ und so. Okay, wir haben die Hälfte geschafft, Jungs. Ich glaube, wir machen jetzt einfach einen Cut, bis wir unten sind. Okay. Das hat wirklich locker fünf Minuten gedauert, Freunde, aber wir haben durchgezogen. Weißt du, wir sind da. Wir sind gleich da. Ich habe endlich verstanden, was der Sinn des Lebens ist, Bro. Auf jeden Fall nicht durchfitten, oder? Weil wir da durch die... Ah, Mann, na, ich raste aus. Wallah, ich raste aus. Oh, so ein Lief die Zeit davon. Bei mir auch, Digga. Schafft es einer von euch rein? Ich glaube, das geht gar nicht. Oh mein Gott, der Pfeil... Ich weiß, wie first hat er bei ihm gehabt hat. Wir sind so dumm. Wir hätten einfach runterschlagen müssen. Sicher? Ja. Ich habe es immer noch nicht gecheckt. Ach Gott, einfach zur Seite runter in die Mitte. Ah, es geht, Jungs. Bin wieder da. Hab gewonnen. Läufe drin. Hä? Wie soll das gehen? Konntest du durch den Baum durchhauen, oder was? Hä? Bist du aber auch schon drin, warum schauspielst du so? Ja. Ja. Hä? Oh mein Gott, Brax, wo du so oft genommen hast. Oh mein Gott, Bugs. Bugsis, Bugsis. Geh bitte in die Blume. Nein, geh nicht in die Blume. Vertrau mir, fahrst du dich. Braxis. Du musst direkt ins Loch reinhauen. Vertraust du mir, deinem Abi, oder vertraust du André, der immer lügt? Vertrau, wo? Welche Blume? Welche Blume? Geh in die Blume. Welche? Hier sind tausend Blumen. Welche? Ah, da, vor dir rechts, 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 rechts. Wo ist die Blume hier? Boah, es sind Bäume, du. Hier sind tausend Blumen, hier sind tausend Blumen. Guck mal, der Talerhuhn. Guck, hat nicht geklappt. Er hat nicht mal, er hat nicht mal diese Blume berührt. Okay, good luck. Okay, Jungs, ich geh jetzt nicht ins Loch. Das wird hart jetzt. Es ist das Loch. Nein, 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 du musst das benutzen als Rampe, um rüberzukommen. Nein, Vertrau, es ist das Loch. Ey, Odomain, bitte. In das Loch reinhauen. Ich hab's geschafft. Hey, André, find ich dann 17. Bro, viel Erfolg. Man kriegt Minuspunkte. Warum ist das so ehrenlos, Odomain 95, Digger? Minus 3. Wirkanat 1.100. Ich hab Minus, ich hab Minus 23 bekommen, Digger. Oh, du warst einfach Erster, Digger, wie schade. Oh, je, je. Das ist so schlecht, Digger. Alles geregelt, Bro, du weißt doch, ich bin Golfed Master. Kanat 1.100. Jo, ich hab Samurai bekommen, das sieht in dieser Welt aus. Ich hab auch Samurai. Okay, Fred. 1.100 Schläge, hab ich noch nie gesehen. Mirkan hat hier rasiert. Leute, lass gerne ein Like und ein Abo, wir sehen uns morgen. Bis dann. Ciao.